Hallo, hier ist Ryder. Alle an Bord, Freunde. Mit wem von der Paw Patrol möchtest du eine Aufgabe lösen? Wähle mit den Pfeiltasten einen Fellfreund aus und klicke ihn an. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh, Bauer Alfred hat Futter für seine Tiere gekauft. Doch es ist ihm von der Ladefläche seines Lasters gefallen. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Hilf ihm dabei, das Futter für die Tiere wieder einzusammeln. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Mit den Pfeiltasten auf deiner Tastatur kannst du die Spur wechseln, um so viel Futter wie möglich einzusammeln. Wenn du mit Chase über ein Boost-Feld fährst, wird er für kurze Zeit richtig schnell. Wuhu! Diese Pfoten regeln das schon. Wow! Ja! Yeah! Wuhu! Super! Wuhu! Wow! Ja! Diese Pfoten regeln das schon. Super! Wuhu! Yeah! Gleich haben Chase und du es geschafft. Diese Pfoten regeln das schon. Yeah! Toll! Chase und du haben jede Menge Tierfutter wieder eingesammelt. Da werden sich Bauer Alfred und seine Tiere freuen. Vielen Dank für deine großartige Hilfe. Mit wem von der Paw Patrol möchtest du eine Aufgabe lösen? Wähle mit den Pfeiltasten einen Fellfreund Sky. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh je! Ein Sturm hat alle Blumen von Bürgermeisterin Gutherz zerstört. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Super, dass du ihr beim Bepflanzen des Blumenbeetes hilfst. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Zuerst muss die Erde des Blumenbeetes gelockert werden. Klicke alle Flächen des Beetes an. Ja! Ich bin der Flughund! Wow! Das sieht toll aus! Super! Schön! Gut gemacht! Prima! Super! Gut gemacht! Prima! Nun müssen die Blumensamen auf die Erde gestreut werden. Prima! Ja! Ich bin der Flughund! Schön! Wow! Das sieht toll aus! Schön! Gut gemacht! Super! Gut gemacht! Super! Super! Ich bin der Flughund! Wow! Das sieht toll aus! Prima! Damit die Blumen wachsen können, muss das Beet mit der Gießkanne gegossen werden. Super! Super! Schön! Prima! Wow! Das sieht toll aus! Ja! Ich bin der Flughund! Gut gemacht Wow, das sieht toll aus Ja, ich bin der Fluchhund Gut gemacht Zum Schluss können Sky und du die Blumen für die Bürgermeisterin pflücken Super Schön Prima Prima Gut gemacht Wow, das sieht toll aus Super Schön Ja Ich bin der Fluchhund Gut gemacht Sky und du haben das Blumenbeet neu bepflanzt und wunderschöne Blumen geerntet Da wird sich Bürgermeisterin Gutherd sehr freuen Mit wem von der Paw Patrol möchtest du eine Aufgabe lösen? Sky, Rubble, die Helfer auf vier Pfoten legen los Es ist Badetag in der Abenteuerbucht Kannst du Rubble helfen, richtig sauber zu werden? Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein Zuerst musst du Rubbles Fell nass machen Bewege den Duschkopf mit dem Mauszeiger über Rubble Das gefällt mir! Nun wird das Fell gut eingeseift Bewege die Shampoo-Flasche über Rubble Toll Mit der Bürste massierst du den Schaum gut in Rubbles Fell ein Schön ist das! Als nächstes wasche das Shampoo aus Rubbles Fell Um Rubbles Fell zu trocknen, bewege den Föhn über ihn Das macht Spaß! Als nächstes musst du Rubbles Fell bürsten, damit es schön glänzt Zum Schluss freut sich Rubble darüber gestreichelt zu werden Wische über ihn Wow, toll! Rubble ist super sauber geworden Und ihm hat sein Besuch im Tiersalon richtig gut gefallen Danke für deine Hilfe!